Und darf ich das Mic hier 10.000 mal über das Zimmer schmeißen? Ja natürlich, da kenn ich nix. Ja. Was haben wir denn da unten? Da unten? Guck mal, Redstone! Nee, aber du hast recht, das sieht aus, als wäre der echt nur die Tour. Ja, ist auch so. Deshalb, sieh zu, dass du da drinnen kommst. Alles klar, ich geh mal die Leiter wieder hoch, ne? Mhm. Aber hier unten, was ist das auch ne Tour? Guck mal, weil der Gavin gefunden hat. Wir haben einen Chicken. Chicken? Chicken. Chicken sind da drin. Chicken, ja. Chicken. Chicken. Echt? Ja. Guck mal hin. Au! Ach ja. Wir lieben sowas, ja, ne? Ach, ich könnte mich da reinlegen, äh, so liebe ich das. Ich könnte aber jeden Tag machen. Wir haben ja nicht so uns gedacht, ja, eine bis anderthalb Stunden ist diese Adventure mit durch. Ich weiß nicht, wie lange wir zocken bis jetzt, aber ich glaube, so lange, aber sicher, wird es ein gutes Stündchen sein. Und ich habe so das Gefühl, dass wir noch nicht mal die Hälfte haben. Ja, also... Kommt hin, ne? Ja, könnte. Ah, zu früh! Ah, zu früh! Aua! Gleich, wo ich gescheitert bin? Ja. Ne, einen später. Okay. Äh, einen früher. Also, bei diesem hässlichen... Ich glaube, ich werde dir mal eine Fackel in den Arsch schieben. Mir? Ja. Cool. Stehst du da drauf, ne? Das wäre jetzt... Das wäre irgendwie jetzt so eine coole Maßnahme, Pat eine Fackel in den Arsch zu schieben. Ja, da steht halt der Minky drauf. Oh, aber nichts machen. Diese Jobs hier sind ja auch relativ pipi. Aber jetzt... Der wird eklig. Ja, da springt der nicht. Go, Pat! Der geht noch. Wollte ich mal sagen. Egal. Aber der sah von unten aus, als hättest du den geschafft. Als wärst du so danach freiwillig runtergelaufen. In Wahrheit habe ich das auch. Kommt doch auf, ey Junge! Was ist los? Puh! Der möchte sterben. Nicht knapp. Er hat keinen Bock mehr auf diese scheiß Jumps. Er möchte dann... Er säuft da sich lieber. Genau. Ach! Puh! Puh! Megusta! So. Aber ich denke, langsam haben wir den Bogen raus. Sagt der und fährt runter. Nö, ich bin hier. Ach so, okay. Wir haben den Bogen raus, definitiv. Man sieht's auch. Er hat den hier noch nicht mehr, weil er den Running Jump nicht machen will, dieser kleine Homo-Fürst. 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 Aber das muss ich mir mal überlegen, ob wir das zensieren. Sonst sagt die USK, ne, das wird ab 6 freigegeben. Ohoho, ja, da fällt natürlich ne Riesenmenge unserer Zuschauer weg jetzt. Ein Homo-Fürst, sagen wir mal 6-Jährige. Hm. Was war das denn? Das sah ja aus wie, ähm, äh, Scheißer. Ja? Ja, sagt der Richtige! Da macht's Platsch hinter dir. Fail. XD. Nein! Ja, du hast es nämlich nie drauf, denn ich bin der King. Du bist der Burner, Bitch, please, blablabla. Wirst du kümmer, ich schaffe noch niemals den ersten Jump, war? Langweilig. Oh, komm her, ey! Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Was? Meinst du mich? Ja. Willst du mir wieder ne Fackeln in den Arsch schieben? Aua, ja, deswegen falle ich jetzt extra runter, damit ich dir jetzt wieder ne Fackeln in den Arsch schieben kann. Oder so ein Schnitzel in den Arsch. Ja. Und dann isst du es wahrscheinlich auch noch? Ja, nein, du... Wo ist denn die Leiter? Schoko-Schnitzel. Ähm... Was? Scheiß-Schnitzel? Schoko-Schnitzel. So, jetzt aber den goldenen Apfel in den Arsch, machen wir einen braunen Apfel draus. Oh, was? Mann, du hast mich gebremst! Mann, du hast mich gebremst. Äh, du? Ich hab fast keine Herzen mehr, ey. Jetzt bleibst du hier erst mal stehen. Du bleibst hier erst mal stehen. Du gehst erst mal mit mir hoch. Warum bremst du dir nicht was zu machen? Mann, du hast mich gebremst... Au. Ah. Au. Au. Aber ich hab keinen Hunger. Aber der regeneriert so langsam. Ach so. Ich wollte noch sagen... Du hast mich gebremst! Bleib jetzt da auf der Treppe! Ich steck auf der Treppe! Papa, hast du Bocken? Segel hoch! La 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 la! Ja, die Cowboy und Piraten! Meine Damen und Herren, wir haben wieder diesen Punkt schaffen! Den hast du, glaube ich, noch nie geschafft, kann das sein? Doch, da war ich doch vorhin, wo du zugeguckt hast. Als du gesagt hast, Go-Pet, Go-Pet! Ja, genau. Langsam langweilen die Sprünge. Die sind schon so einfach. Ja, lustig. Einfach. Ja, aber das ist mit dem Redstone schon nicht lustiger. Ach, ich eigentlich auch. Das muss ich von dir nie mobben lassen, ey. Maaan! Megusta! Ich mach da jetzt heimlich einen Holzblock hin, aber pssch, damit es die Abonnenten nicht hören. Hast du noch einen? Ja. Hab ich. Dann hab ich noch. Für solche Notfälle eben. Oh, bitch, please. Ach, scheiße. Bitch, please. Ich hab auch noch Pflaster-Schein-Sex, woher auch immer. Ach, weil der Typ doch hochgegangen ist. Ja, I know, I know. I know, I know. You know, you know. Komm schon jetzt. Das musst du hier irgendwie... Machbar sein, Mil-Gusta! F you. Ja, F you. Wo bist du? Ne, alles klar. Mit der Zeit auch mal darüber nach, hier vielleicht einen Cut zu machen, bevor wir alle in den Schlaf wiegen. Wie? Schlaf wiegen, ha? Ich schwieg dir gleich mal jemanden in den Schlaf. Ja, in den Schlaf wiegen. Ne, da würd ich ja sagen, dass wir hier, ähm... Das ist halt ein wenig einfacher machen. Genau, bleib stehen. Setz da unten, am Redstone. Am Redstone? Von hier gesehen. Einen Block hin. Von hier. Also, wo ich jetzt drauf guck. Damit du rüberkommst, oder? Ne, damit dieser Jump generell auch, ähm... Für beide sofort klappt. Ne, da wurde Redstone, aber das müsstest du eigentlich aufnutzen, ne? Ja, bleib da erst. Sehr gut. Also, für diesen... Aber da gibt's Top-Noten hier von mir. Ja, wahrscheinlich. Vom Lambi bestimmt 10 Punkte gekriegt. Ja. Weil der Lambi, der gibt jetzt natürlich ja auch Turmspring-Noten. Klar. Das ist ja nicht. Ja, ich glaube, da brauchen wir noch drei Blöcke, damit's Minky auch schlaft. Ist nicht lustig? Nee. Nee. Das hier ist kein... Das ist hier Easy Peasy Peanuts, ist das? Ja, Easy Peasy Peanuts. Das ist aber hier kein Peanuts. Ach, was ist das? Au, ah! Uh, 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 uh. Ich glaube, wir bauen einfach so eine Brücke zwischen den einzelnen Blöcken. Ich glaube, wir haben noch genug. Ich glaube, das würde auf jeden Fall besser funktionuckeln. Funktionuckeln? Ja, nach dir, junger Mann. Junger Mann. Sie sagen wie so eine alte Schachtel. Ja, wie eine Arsch. Oh, nach innen, junger Mann. Ja. Ich bin Patrick. Ähm. Und... Oh. Ja, ja, ja. Ja, ja. Das klappt. Wie soll ich meine Karte weggeschmissen? Ja, die brauchen wir jetzt, glaube ich, auch nicht mehr, hm? Soll ich die holen? Ja, das wäre echt lieb. Alles klar, ich tauche mal nach der. Ah, die ist total durchnässt. Die hat sich aufgelöst, tut mir leid. Konnte nichts mehr machen. Jetzt pack endlich mal den Sprung da, das geht mir ja auf die Klöten, ey. Ja, auf die Klöten geht ihm das. Und dass du das mal wieder nicht schaffst, ey. Nein! Ja, tut mir. Aber komm. Jetzt habe ich aber die Checkpoints alle gesetzt. Also diese Vereinfachung, jetzt muss das Füße immer können. Die Karte liegt auf den Treppen. Durch Nest. Okay. Toll. Jetzt kann ich die nicht mehr lesen, ey. Weil du die hast fallen lassen. Genau. Also es ist jetzt auf jeden Fall machbarer, wenn man den ersten Sprung denn schafft. Aber das ist die größte Challenge. Dieser. Der erste Sprung. Der erste Sprung, ja. So, dann schauen wir dem Pet doch mal zu, wie er mit diesen Hilfen klarkommt. Oh, mir wird zugesehen. Nervös wert. So, ja gut. Da musst du jetzt ohne Hilfe noch schaffen. Aber die sehen gar nicht so schwer aus. Mit Hilfe oder ohne Hilfe. Aber dann spielen sie nur weitere 1000 Euro, ne? Ja. Yes. So, jetzt ohne Hilfe. Also habe ich den Jackpot. Wie viel waren denn im Jackpot? Da gehst du aber, sieht aus, als würde es da hinten in der Luke nach unten gehen. Wo? Links neben der Truhe. Aber mach es erst mal. Okay, stellst du mir noch eine Frage? Ich will sie ohne Hilfe beantworten. Oder warte, ich stelle dir eine Frage. Okay. Was ist Wüther? Zwei Robbenbaby oder drei Robbenbaby? Okay, natürlich drei Robbenbaby. Leider. Jetzt spring doch endlich. Schön. Da ist Leder. Nehmen wir mal mit, ne? Und hier ist bloß eine Bode. So ein Ding da. Hallo. Was machst du? Da für die Mühen. Für sowas hässlich ist es oder was? Was soll das? Das ist schon ein bisschen krass hier, ne? Ne, irgendwas muss damit aber sein. Die ist ja nicht nur aus dem Wasser da. Und mir ein bisschen verarscht vor. Hallo. Aber warte mal. Was ist jetzt auf? Hallo? Nicht wirklich, ne? Hallo, hat sich irgendwas getan? Pass auf, ich gehe mal in den Raum nach da vorne. Wo nach da vorne? Ja, in den ersten Raum und sich da irgendwas aufgetan hat. Willst du nicht nach unten springen? Ginge schneller. Also ich komme auf die andere Seite, da ist auch nichts. Am Spawn da auch nicht. Ich komme mit nach unten. Turm springen. Welche Note war das? Bleib doch. Wäre schlauer gewesen, wenn du da oben geblieben wärst. Vielleicht war da doch was. Komisch. Wir müssen da jetzt erstmal gucken. Apropos komisch, ich musste gerade wieder über den Redstone schmunzeln. Ich hasse dich. Hier hat sich jetzt tatsächlich was aufgetan. Really? Mhm. Zeigen. Was hieß dir mal? Leider ein bisschen gefailt, oder? Sollte das aufgehen? Ich glaube, das sollte auch aufgehen. Ja. Leider ein bisschen gefailt anscheinend. Da wird sich hier wahrscheinlich auch noch was auftun zwischen den anderen beiden. Oder es geht hier irgendwo bedeutend weiter. Mal gucken, was uns diesmal erwartet. Vielleicht wieder in so ein toller Parcours. Wo den lieben Minky etwas Redstone zum Schmunzeln bringt. Der Bruce ist aber heute auch gemein, ne? Ja, ne? Bruce, 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 was ist los mit dir? Jetzt geht's hier einen Wasserfall nach unten, liebe. ähm, Wasserfallfreunde da draußen. Was ist denn hier irgendwas? Kannst gar nicht. Immer ein bisschen Augen aufhalten. So, an dieser Stelle, dass ich mal wieder dich... Ahahaha, Redstone. Ich geh weiter. Was ist denn hier? Warum ist das hier so? Hüffi! 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 堂! Ja, du auch noch! Hüi! Hüffi! Ich geh schon mal rein und mach das hier schonmal lichtig! Ok... Ich drücke mal auf R, als würd' ich nachladen wollen, ne? Oh, ja! Hih! Guck dir das an. Wie der Minky das geschafft hat, ey. Guck mal, wie... Ich wollte gerade sagen, guck mal, wie der Minky durchdüstet und dann fällt er auf die Tresse. Das noch bei so einem Babasprung, Alter. Guck mal, wie der Pet das geschafft hat. Da ist wieder am letzten Untergrund. Aber viel, ey. Viel Willst du, wenn du es erzählst. Absolut. Bist du auch mal drüben? Schön. Ich höre hier schon wieder so ein hässliches Skelett. Skelett. Ja, geh du mal vor, du mag doch mal Licht. Ne, ich muss vorgehen. Ich bin hier der Night. Ich bin die Nacht. Noch sehe ich herr Skelett nicht. Ob der war auch draußen. So, vorsichtig. Ja, hier geht es nicht mehr vorsichtig. Hier müssen wir tatsächlich nicht mehr umschwingen. Ich mache hier mal ein bisschen Licht. Ah, kämpf gegen die Strömung an. Los, du schaffst das. Jetzt reißt du mich mit nach unten. Nein, wenn ich fallfüßt, du Mads. Und dann. Und das Mike auch. Ja, klar. Wenn schon, denn schon. Hallo, Spawner. Ich glaube, das war wieder ungewollt. Ne, der ist ja, glaube ich, diesmal wirklich absichtlich gespawnt. Ja? Hm. So ein kleiner Surprise hier an der Stelle. Wir wollten uns überraschen, ne? Hat er dann nicht geschafft. Wo bist du? Ich bin mal kurz hier hinter die Leiter gegangen. Äh, Treppe. Was? Gucken, was da ist. Ne. Aber ich nehme mal die heimlichen Blöcke mit. Sieht es, sieht es keine? Warte, war es nicht mehr gerade weg. Ne, da war nichts. Okay, bist du oben oder wo bist du? Ich bin jetzt genau vor dir. Schön. Dann gehen wir mal die Leiter hoch. Da, 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 da. Ah, bin's, Batmobile. Hm. Geh mal hier. Ich steig hier mal aus. Hm, kein Grund peinlich zu werden. Ich darf nicht aussteigen. Ich back noch hier ein bisschen in der Leiter. Ich hoffe, das ist für euch okay. Nein. So, du wartest aber auch gefällig. So bist denn du. Auf der Leiter.